Zeit für die 10 der Lottozeit. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Und schöner sind wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lotto-Glück am Samstag. Wir grüßen live aus dem Lotto-Studio am 15. Juni. Die Däumchen sind gedrückt. Ich sage, ziehungfrei. Zwei Tipper haben am Mittwoch wirklich alles richtig gemacht. Naja, fast. Ihnen fehlte zum großen Glück die Superzahl 2 und so ging 600.000 Euro nach Bayern und nach NRW. Herzlichen Glückwunsch. Und hier kullert sie an, unsere erste Kugel. Und das ist heute die 31.14, meine Lieben. Es ist die Zahl des Tages, denn 14 Millionen Euro liegen hier parat im Lotto-Jackpot. Und das ist noch nicht alles. Bleiben die 30er an Kugelnummer. Zwei ist die 38. Ja, zwei Millionen Euro erwarten nämlich noch einen zweiten Gewinnrahmen. Und drei Millionen Euro wäre das Spiel 77. So mag ich das. Kugelnummer drei ist die 16. Ich werde ja oft gefragt, wie kann ich denn mein Glück ein bisschen erhöhen. Hier gibt es gleich ein paar Tipps von Ihrer Mutterfin. Kugelnummer vier ist die 49. Zahlenkombinationen, Muster oder Geburtstagszahlen werden ja sehr häufig gewählt. Der Nachteil, wenn dann Ihre Zahlen drankommen, müssen Sie ganz viel teilen. Nicht gut. Kugelnummer fünf ist die 30. Bilden Sie gerne Tippgemeinschaften mit Freunden, Kollegen oder Familie. Denn dann können Sie natürlich viel mehr tippen, können sich die Kosten teilen und gleichzeitig Ihre Chancen erhöhen. Kugelnummer sechs ist die drei. Hier liegen Sie in der Verbracht unsere sechs Glückskugeln von heute. Wer von unserem Checkbox möchte, brauchen diese hier, unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmal wieder um und sage CO frei. Ja und hier gibt es gleich noch einen Lotto-Fee-Tipp. Kann man ja ganz gut gebrauchen. Nutzen Sie Systemscheine. Wirklich ein Tipp von mir. Ja, so können Sie mehr als die üblichen sechs Zahlen ankreuzen. Und dadurch erhöht sich die Anzahl der niedlichen Kombinationen. So. Und unsere Superzahl ist da und das ist heute die Acht. Prima, dann schauen wir uns unsere eben gezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen. Sechs aus neunundvierzig. Zum Mitschreiben. Drei, sechzehn, dreißig, einunddreißig, achtunddreißig, neunundvierzig und die Superzahl ist die Acht. Hier ist die Zahlenreihe der Supersechs. Sechs, null, drei, acht, eins, drei. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel. Siebenundsiebzig heute, drei Millionen Euro wert. Sechs, null, sechs, vier, null, neun, drei. Sagt meine lieben Tipperinnen und Tipper, so schön, dass Sie bei uns sind. Alle Quoten gibt es Montagfrüh natürlich auf Lotto.de in einem wunderschönes Wochenende. Bei allem, was Sie machen. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal.